Moin Moin ihr Nerdtaster, ja es ist das achte Türchen geöffnet und heute könnt ihr ja beim kurz schnell was knackig gewinnen, nämlich mit dem Kooperationspartner der Fright Guys. Wer sind die Fright Guys? Das sind natürlich Jungs und Mädels die sich verkleiden in horrormäßigen Cosplays, Kostümen. Habt ihr mal hier so ein Bild und so weiter. Die sind ja auf vielen Conventions auf jeden Fall unterwegs und zeigen sich da, machen richtig gute Arbeit und einige Leute habe ich mal angequatscht. Habt ihr nicht Bock auf mein Investkalender was zu sponsern? Haben sie gemacht und ihr könnt erst mal nämlich das hier gewinnen. Eine UMP-Tüte. Nein Quatsch. Natürlich ist nicht das einzige hier was ihr gewinnen könnt. Ist natürlich zu früh hier schon, aber egal. Ihr könnt nämlich das hier noch gewinnen. Coole Fright Guys Buttons. Wie ihr sehen könnt, das ist deren Logo und hier oben steht da drauf was das ist und natürlich deren Social Media Plattform. Die ich aber nochmal natürlich hier immer einblenden werde oder halt eine Videobeschreibung sind. Also könnt ihr schon mal eine Tüte gewinnen. Buttons und einen coolen Sticker. Der sieht so aus. Dann noch ein. Okay, das hat mit Fright Guys hier zu tun, aber ihr könnt natürlich von Ingo Albrecht die Stimme von natürlich Drain The Rock Johnson erstmal ein Autogramm gewinnen. Der stand da nämlich in der Nähe rum und der hat das auch dazugegeben. Hab ich gedacht, das packe ich da mit rein. Auf jeden Fall könnt ihr noch das Autogramm gewinnen. Was zu trinken gibt es auch dazu. Das könnt ihr auch noch dazu gewinnen. Und eine Runde Kettenfett wird es auch noch geben. Jetzt kommt natürlich das größere Gewinn von den Fright Guys. Das waren schon coole kleine Gimmicks. Und dann haben sie nochmal schön ein geiles, cooles T-Shirt springen lassen. Ja, das ist Größe S. Das ist Größe S und das ist ein Frauenshirt, was ihr hier sehen könnt. Und die Frauen müssen auch mal hier was gewinnen. Also wenn ihr Frauen seid oder kennt, die mit Größe S, dann macht ihr hier natürlich gerne mit. Das Design ist ziemlich cool gemacht finde ich eigentlich auf jeden Fall. Und die machen das ja zusammen mit Ultra Trash. Das ist ja auch so ein Label, was, sag mal, Ultra-Trash. Ich bin viel zu müde noch. Also 7 Uhr morgens. Ich muss das hier machen, weil ich da hinten weg bin. Fast 10 Stunden muss ich gleich noch was machen. Lehrgangsmäßig. Ja, und das ist auf jeden Fall, was ihr heute gewinnen könnt. Wie gesagt, ein T-Shirt, zwei Stickers, ein Button, ein Getränk und noch ein Getränk und eine Autogrammkarte. Ja, das müsst ihr dafür mitmachen. Ihr wisst ja, ihr geht das generelle. Bis zum 30.12. habt ihr Zeit, da mitzumachen. Google-Formular ausfüllen. Bei Phantom hast du mal vorbeigucken. Der hat ja gestern, glaube ich, kein Türchen geöffnet, wie ich das gesehen hatte. Ich war vielleicht eher Stress gehabt oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, guckt da gerne vorbei. Denn bei mir ist wieder dann halt in zwei Tagen wieder was. Ja, bis denn und schauen. Frohe Weihnachten. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020